hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Campbell ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute darf ich das Spiel Raid Shadow Leaks ich habe schon mal gespielt allerdings ich musste es wieder deinstallieren und jetzt werde ich es mal wieder installieren also bis gleich da wären wir wieder einmal auch hin mit Facebook Ladeinhalt hat das so lange gedauert ich weiß es nicht mehr ich habe es auch nachdem ich das damals gespielt hatte habe ich noch ein einziges Mal gespielt und danach nicht mehr aber aber vergesse ich in letzter Zeit immer die Musik ich weiß es nicht ja 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 ok so wir sind Level 3 schon ich kann nicht Level 3 ich kann 3 Stück beschwören ach ja machen wir gleich zum nächsten und der letzte jetzt Fusion ne gut dann fangen wir mal mit den roten Punkten an das ist hier nur kaufen oder Freunde einladen besser gesagt war das dritter Tag den ich spiele ok und nochmal auf Neuigkeit alles einmal anklicken haben wir das auch schon geschafft jetzt kann ich wieder Nummer zwei beschwören ein blauen und ein blauen und ein grünen und ein grünen und ein grünen mit und ein grünen und ein grünen auch später hin und ein grünen das ist auch später hin noch mal den blauen das sieht doch schön aus eine Eidechse und epic Wettbewerb beginnt in 7 Stunden so 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 na gut index ach jetzt kommen die ganzen neuen Spieler die ich habe ne einmal ein Mensch hier nochmal ein Mensch darf er noch einer ach da unten ein Baba Org fand zwei Stück gewesen so so das war's jetzt in Missionen jetzt geht's los was das war da jetzt hin oder ich glaube wir müssen hier hin automatik so jetzt schauen wir uns das ganze schön an sieht auch ganz gut aus bislang sieht auch ganz gut aus bislang Level 5 ich muss mein Haustier und die Frau hier unten aufleveln weil die Level 3 sind Level 4 und Level 3 lieber muss ich aufleveln schon fertig hin auf Oh, das ist ja gemein. Der heilt sich. Oh, man kann sich ja auch heilen. Nice, nice, nice. Okay. Ich würde mal sagen, das war es für heute. Was ist das eigentlich? Multi-Schlacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo, ich habe 15 Stück. Ich probiere das einmal aus. Multi-Schlacht 15. Oh, die sind schon Level 4 beide. Die waren Level 8. Nice, nice. Ja. Okay. Ja. 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 ich muss jetzt 15 mal hintereinander kämpfen jetzt geht die nächste schlacht los ich würde sagen das war zu lange ich lasse es jetzt nebenbei laufen jetzt haben wir das ticket holen und schluss machen so oder sammle ich jetzt mein ticket dann werde ich mal kurz schauen ob ich vielleicht letzte woche was gewonnen habe warte mal wo war das nochmal da war das runterziehen vorherige woche du hast nicht gewonnen leider nicht naja was sollt so ich hoffe ihr hattet spaß ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal dabei seid bis dahin wünsche euch viel spaß und auf wiedersehen tschau tschau ja 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 ja